so wir sind immer noch diesen gewissen kaputt da war aber so da war ein Schatz wo ist das denn schon so das kann so blinken oh spinn Hey! Müsst du hin, dass wir an der Ecke sein? Ah, geht einfach oben lang. Ja, hängen wir dann links fest, was? Also kann man sagen, ist unten einer und oben. Wir sind wohl von der anderen Seite geöffnet. Oder ist hier der Schatz, ähm, diese Grunfrau? Ne Grunfrau hab ich ja, hab ich ja sechs Stück. Du bist okay? Ich bin okay, lass mich allein! Ashley, warte! Ashley! Was ist passiert?! Ah! Don't worry Ashley, ich komme für dich! Schön wieder! Lass sie einfach da, wo sie ist! Oh! Hättest du gestern auch noch was gehört? Hätte ich das gewusst, was? Mensch, weiter schon zu viel! Wo ist Ashley? Hunde, was passiert? Die Transmission wurde verletzt. Hahahaha! Salazar! Wie hast du... Wir haben die Liste. Wir haben dich nicht gesagt, dass jeder keine notwendige Informationen. Wo ist Ashley? Ah! Ah! So ist sie in eine unserer wunderbaren Schrappen. Wir machen uns sicher, dass wir sie finden. Nichts, dass du sie überraschst. Oh, ja. Ich lasse unsere schwerführende Insekten für ein paar Ausatmen in der Schrauben. Danke. Das sollte mich aufhalten, weil die Angst haben mich verletzt. Ich freue mich auf unsere nächste Begründung. In einer anderen Leben. Naja, so schnell sterbe ich jetzt auch wieder nicht. Nee, sie darf jetzt einfach nur fragen, ob sie gut geht, und sie wird dann wieder weg. Die... Oh, Leute, bitte. und sie war schnell zurück, die Z polymerase nicht. Wird die Zerrungen verletzt? Es ist einfach nur ganz verletzt. Man hat sich die Zerrungen verletz. Menschen sind scheiße. Also... Wenn sie die Zerrungen verletzt. du hast du eine Sorge du hast du eine Sorge du blöde Ellinger Backseat Hau. 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 Zockt noch ein bisschen. MP Moni. Thysse Moni. Oh. Oh. Ja, wenn man einfach nur Gehäufpapier ist. Leicht kaffelt. Ich bin jetzt echt viel. Wir werden noch nie. Wah. Wah. Komm mir nicht zu nah. Ah. Die Dinger tun weh. Ich hatte diese Insekten. Oh. Dann lässt du es weg. Du nervst. Ja klar. Hier. Ja ne. Oh hier. Wenn du lebensfasselst hier gehäufig. Ja ne. Uh. Schatz. 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 Ich bin schon auf dem Weg zum Schatz. Sieht wie ein Kantier aus. Zu einer Entwässerung aus. Was ablassen. Ja bitte. Das können wir leider nicht lang. Du erhältst die Lampe. Ich meine eh nicht nutzen. Brüner Scout. Oh. Schatz. Schatz. Du erhältst die Lampe. Ich meine eh nicht nutzen. Brüner Scout. Oh. Schatz. 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 Ich hab noch geschossen. Schatz. 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 Schau dir? Schau dir? Mille auf Schau. Schau dir? das in der kugel hätte ich mir jetzt dran lassen können. Ich hatte jetzt mal langsam ein Loch. Nehmen wir hier. Nimm doch. Louis' Notiz. Einige Parasiten haben die Fähigkeit, ihren Wirt zu beherrschen. Unter Biologen ist dies bekannt, aber man weiß nicht, wie die Parasiten es tun. Durch die Untersuchung dieser Parasiten erhalten wir vielleicht einige Hinweise zur Wirkungsweise des Last Plagers und erfahren etwas über deren Opfer in die Los Grenadas. Hier ist eine Liste einiger der Parasiten, die die Verhaltensmuster ihre Werte ändern können. Die Cholokoleum. Wenn die Parasiten im Nervensystem der Ameise gewandert sind, verändern sie deren Verhalten. Wenn es abends kühler wird, klettern infizierten Ameisen an einer Pflanze hervor und beißen sich dort fest. Sie bleiben dort bis zum nächsten Morgen und zwar an einer Stelle, an der es am wahrscheinlichsten ist, von einem Schaf gefressen zu werden. Man könnte meinen, der Parasiten manipuliert den Wirt, um in den Körper des Endwirts zu gelangen. Die Larven dieser Parasiten nisten sich im Höhen eines Fisches ein. Dieser schwimmt dann an die Wasseroberfläche, wo er so lange bleibt, bis er von Meeresvögeln gefressen wird. Wieder lässt sich dieses Verhalten nur dadurch erklären, dass der Parasit in den Körper der Meeresvögel gelangen will. Leucoluridum Die Sporen sitzen dieses Parasiten einwickeln sich in der Fühlern der Schnecke. Durch ihre Farbe und ihre Pulsierungen gleichen sie Würmern. Die infizierten Schnecken kriechen am Ende eines Blatts, wo sie gut von Vögeln gesehen werden. Kann und somit er gefressen wird. Wenn er vom Vogel gefressen wird, erreicht der Parasit sein ein anultes Stradium. Wir sind auf dieser Parasiten, was man so schon kennt. Oder nicht? Aber diese Schneckenparasiten kenne ich. Gelbes Kraut. Prüfen. Sieht aus als... Ach! Da wäre ich allärlich drauf. Er ist kürzlich gestorben. An der Wunde sehe ich, dass ein schneller Tod war. Und dass man den Meis ausrüsten muss, bis man da nach der Hand tut, das ist so nervig. Töne. Sehr auf Zweifel. Ja, läuft die Füße. Hüttelung! Wapp! Wie meint die diese Anschleichen? Wapp! Wow! Noch was im Gesicht landet. Springen! Rennen! Ich bin mir da. Zwei geteilt werden richtig. Oh, das ist das, das habe ich übersehen. Kacke jetzt. Die Böhne sieht brauchbar aus. Und hat sie. Und bin. Wie ist das? 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 Weiss! Sie sind schrecklich, die flammen. Da ist ein Schrecklich! Wie ist das? Wie ist das? Ja! Boah, dann müsste er hier oben hochkommen, theoretisch sick. Naja, kein Problem. Nochmal. Sind Skoword. Mach ich ja gut drauf. Danke schön, das ist jetzt okay. Was haben wir hier so schön nicht? Eine Maske. Ich hab das zuerst gedrückt. Du, mit Kohleflöten. Sure. Ich hab da eh eine Waffe, ich geb dir erstmal eine Waffe. Is that all? 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 Thank you. Thank you. What are you buyin'? Stolen over at 9. Penja. Black. Buckley. Is that all? ein kleiner stranger hehehehe, danke dann müsste das Kraut jetzt weg und so, was? Stringer noch mehr Stromgewehr, halbautomatische Ah... hehehehe Thank you! What are you selling? Stromgewehr, munition TP Gewehr, schrotgewehr und die große Vorsatz haben sind durchlassen Du musst ja berechnen, dass du das ja schon hochgeladet hast Ich kann's ja mal wieder gehauen würde ich sehen. So, Punisher kann ich nicht. Was willst du? Ist das alles? Ist das alles? Danke! Danke! Ist das alles? Nicht genug Geld, Stranger. Du brauchst die eine Waffe, die einen Sniper. Du brauchst die ja, weil er nur auf diese einen Sniper passt. Das Wärmebild. Oh, was ist denn da los? Guck mal wie orange raus und das ist. Nein, hallo. Hast du wieder gegen den Wind gepisst? Immer doch. Das ist egal, wie rum das drin ist. Das ist ja automatisch verbunden. So sieht's aber scheiße aus. Ja. 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 Dann würde ich das vorher vielleicht tun lassen. So als Reserterplatz bitte. Dann würde ich wirklich da oben das vorher lassen. Dann musst du das bitte drehen. Das passt. Sieht ähnlich aus, passt muss. Wackelt halt Luft.